Schau mal hier, heute geht es nochmal um die Subclavia. Guck dir mal die Sondenposition an. Die Sonde steht in der sagittalen Achse oberhalb der Clavicula. Und insbesondere geht es um diesen Schallschatten hier und natürlich die umgebende Sonoanatomie. Mein Name ist Tim Mecken von Radio Megahertz, dem Podcast über Ultraschall in der Anästhesie. Steigen wir ein in die Rubrik für dich gelesen mit dem ersten Artikel, passend zum Intro. Es geht um die Wiener Subclavia. Und zwar ist das ein Artikel von Schmidt et al. 2019 publiziert mit dem Titel Ultrasound Guided Vascular Access in Critical Illness. Vollkommen klar, dass mich der interessiert. Der Artikel ist reich bebildert. Die Einleitung klingt vielversprechend. Aber meine Augen sind an einem Bild hängen geblieben. Die Abbildung, die du hier siehst, um die wird es gehen. Und zwar habe ich die in einem Newsletter von Radio Megahertz verschickt. Und ich dachte, vielleicht kann man das Literaturlesen etwas spannender machen, indem man da ein Quiz rausmacht. Ich habe nur eine Frage gestellt, richtig oder falsch, aus der Rubrik für dich gelesen. So, jetzt geht es um die Abbildung, um die Abbildung 4. Und die siehst du hier. Die Frage, die ich hatte, ob der Schaltschatten, der rechts im Bild zu erkennen ist, und zwar hier, ob diese Bezeichnung wirklich stimmt, ob der durch die erste Rippe verursacht wird. Die Kontur des Schlüsselbeins kann man von außen erkennen. Es ist gut tastbar. Es liegt oberflächlich. Und somit ist der Schaltschatten, der in der Abbildung 4 hier angegeben ist, vermutlich die Klavikula und nicht die erste Rippe. Okay, erste Aussage. Erste Rippe oder Klavikula. Ich denke, dass dieses Sondenmanöver relativ klar ist, dass der Schaltschatten rechts im Bild von der Klavikula verursacht wird, indem ich dort drüber gleite. Und du siehst auch jetzt schon, dass die Vena Subclavia durchaus in der infraklavikulären Position zur Erkenntnis, wahrscheinlich hier am Übergang zur Vena Axillaris. Sprechen wir nicht mehr über den Schaltschatten der ersten Rippe, sondern über den Schaltschatten der Klavikula. Das Thema ist jetzt durch. Ich glaube nur, dass dieses Sonogramm, dass diese Abbildung nicht der, wie in der Legende beschriebenen, supraklavikulären Position entspricht. Guckst du dir das Foto an, dann ist hier die Klavikula. Dieses Ende wäre somit caudal, das Ende kranial. Hier ist der Schaltschatten. Und das entspricht dem, der Klavikula. Kopfwärts müsste also links im Sonogramm sein. Und es ist sehr ungewohnt, dass erst die Vene kommt und dann die Arterie. Folgendes Manöver verdeutlicht dir, was ich meine. Transversalschnitt, Vena Jugularis, einen Short Slide nach caudal, bis die Sonde an die Klavikula anschlägt. Dann kann man nicht weiter. Hier kommt der Trunkus Brachiocephalicus, rechtsseitiges Infraea, beziehungsweise Arteria Subclavia. Die Venenklappen in der Jugularis. Jetzt gibst du mehr in die Thoraxöffnung und jetzt hast du die riesengroße Vena Brachiocephalica. Es kommt also erst die Arterie. Und wenn ich jetzt noch weiter reinkippe, dann kommt die Vena Subclavia von supraklavikulär sonografiert. Eine kleine Venenklappe ist da und diese Position, die kennst du vielleicht, nicht? Wir haben die Arteria Subclavia und hier, nicht mehr im Bild, käme jetzt der Plexus Brachialis. Würde dieses Bild also stimmen, würde ich erwarten Arterie, Vene, Klavikula, Schallschatten. Und dann stimmt auch nicht Cephalica, weil die ist unterhalb der Klavikula, die muss ja zum Arm. Schaue ich mir nochmal die Vena Subclavia längs von supraklavikulär an und rotiere jetzt die Sonde, um diesen Schnitt zu kriegen, der in der Publikation war. Dann passiert folgendes. Ich drehe, jetzt kommt der Schallschatten der Klavikula. Ich habe einen Tick zu weit rotiert. Jetzt gehe ich noch ein bisschen nach lateral, um möglichst zu versuchen, diese Einstellung zu haben. Du weißt, dass immer noch die Vene hier ist. Wir haben sie ja visuell rotiert. Und somit haben wir Plexus, Arterie, Vene, Schallschatten. Also, Vene, Arterie, Nerv stimmt wieder. Und das wäre jetzt tatsächlich eine Position sagittal, supraklavikulär, aber mit einer komplett anderen Anatomie, als im Artikel beschriftet worden ist. Springen wir zu den anderen Strukturen, die hier bezeichnet sind im Bild. Ich fange zunächst an mit der Vena Cephalica. Wenn das die Cephalica ist, spricht alles dafür, so mein Dafürhalten, dass sich dieses Sonogramm in eine infraklavikuläre Position behandelt und nicht, wie in der Abbildung beschrieben, supraklavikulär. Wenn man diese Region sonografiert, dann siehst du hier die Vena Axillaris, die Arterie Axillaris. Und hier gehen teilweise Gefäße raus, wenn ich ein Gleitmanöver nach medial und lateral bzw. zurück mache. Und das ist ungefähr auf Höhe der mittleren Clavicula. Jetzt gucken wir uns das einmal an, ob hier Gefäß angeht. Da geht es einen weg. Das könnte eine Vene zu den Musculi Pectoralis sein. Die Vena Cephalica ist häufig größer, müsste dann nach ventral auffolgen und wenn ich nach lateral gleite, von dieser Position nach lateral, dann müsste sie zum Arm verlaufen. Und so kann ich rauskriegen, ob das die Vena Cephalica ist. Und in diesem Fall ist sie das. Noch eben ganz kurz zu dieser Position. Das ist ungefähr auf Höhe der Mohrenheimischen Grube die Fossa Clavicopectorale. Das ist ein Ort, wo man initial durchaus gut anloten kann, um die Vene und Arterie zugleich sehen zu können. Das ist ein guter Startpunkt. Die weitere Struktur, die hier ist, da geht es um die roten Pfeile. Und dort wird behauptet, das ist die Pleura. Mich wundert aber, warum die Pleura eine genauso starke dorsale Schallauslöschung macht wie die Clavicula. Und ich vermute eher, dass dieses hier die Pleura ist und dies hier sind Rippen. Welche kann ich nicht genau sagen, das kann man aber rauskriegen. Ich vermute, es ist die zweite Rippe und nicht die erste, weil in dieser Position kann ich die Arterie noch sehen. Das heißt, die Sonde müsste weiter lateral positioniert sein. Erste oder zweite Rippe. In diesem Standbild kannst du vielleicht erahnen, was ich damit meine. Die Sonde ist so geschwenkt, dass sie die Vena subclavia in ihrem Übergang zur Vena axillaris darstellt. Eine sogenannte Panoramaaufnahme. Das Bild ist also gestitcht. Und die erste Rippe hier, ab da heißt sie Vena subclavia. Nach einer anatomischen Bezeichnung nach, ab hier Vena axillaris, kannst du jetzt die zweite Rippe sehen. Ich glaube, dies ist ja der korrespondierende Querschnitt zu der infraklavikulären Position sagittal auf Höhe der mohrenheimischen Grube. Und dann wäre dies hier die zweite Rippe. Aber in dem Artikel ist es ein Standbild, deswegen kann ich nur eine Vermutung anstellen, weil ich ja nicht dynamisch sonografieren und die Strukturen so erkennen kann. Die Ultraschallaufnahme muss auf jeden Fall dahingehend korrigiert werden, dass dies hier nicht der Schallschatten der ersten Rippe, sondern der clavecular ist. Und dann stimmt aus meiner Sicht auch subclavian artery, beziehungsweise ich würde Arteria axillaris sagen und hier Vena axillaris. Dies hier muss unbedingt korrigiert werden in dorsale Schallauslöschung einer Rippe und die roten Pfeile kämen hierhin. Also man kann die Vena subclavia von supraclavikulär darstellen und auch punktieren. Ich würde es aber nicht tun, weil lateral davon die Arteria subclavia und der Plexus brachialis sind. Und ich würde stattdessen die große, gradverlaufende Vena brachiocephalica punktieren. Ich würde also infraklavikulär die Vena subclavia punktieren. Das kannst du out of plane oder auch hier wie dargestellt in Inplane-Technik machen. Dazu wird die Vene längst dargestellt und der sonografische Endpunkt wäre für mich dann die erste Rippe. Punktiere ich. Oberhalb der Klavikula ist für mich die Jugularis und natürlich die Vena brachiocephalica die Nummer 1. Liebe Radiomega-Herzlerin, lieber Radiomega-Herzler, bitte fasse dieses Video als konstruktive Kritik gegenüber den Autoren auf. Es soll keineswegs eine Bloßstellung oder Diffamierung von den Autoren sein. Es geht mir um eine sachliche Kritik, wie man etwas erarbeiten kann, wie man etwas lernen kann. Und es zeigt mir in erster Linie, und das ist der Motor, wie wichtig eine Ausbildung ist, wie wichtig die Sonoanatomie ist und wie einfach man durch Sonografieren, durch Üben solche Sachen selbst herausfinden kann, ohne auf die Primärliteratur angewiesen zu sein. Und auch das. Nur weil Fehler entstehen, wie eine falsche Beschriftung der Sonoanatomie, heißt das ja nicht, dass man deswegen wieder auf die Landmarkentechnik zurückgreifen sollte. Die Funktion der Vena Subclavia nach Landmarkentechnik ist etabliert und ausgereizt, über Jahrzehnte verfeinert. Sie steht fest, andersrum gesagt. Die Sonografie hingegen ist dynamisch, individuell, bietet mehr Potenzial und deswegen muss man auch mehr lernen, weil es ist neu. Und somit schließt sich eigentlich der Kreis und der Motor von Radio Megahertz, warum wir das alles machen. Wir wollen die Ausbildung für Ultraschallgestützte Verfahren weiterbringen. Wenn du mehr haben möchtest, vor allen Dingen aus der Rubrik Für Dich gelesen, dann komm noch auf unsere Webseite radiomegahertz.de, abonnier unseren Newsletter. Unseren Podcast findest du dort auch, der ist in allen gängigen Portalen zu abonnieren. Und vor allen Dingen wünsche ich Dir viel Spaß beim Sonografieren und beim Erarbeiten der Sonoanatomie. Hab noch einen schönen Tag. Ciao.